So liebe Leute, da sind wir. Ich muss nur mal ganz kurz schnell was sagen. Und zwar habe ich jetzt gerade mit einem Level fortgesetzt. Aber das Video ging nur zwei Minuten jetzt, weil ich ja keinen Speicherplatz mehr hatte. Deswegen habe ich jetzt einfach so ein bisschen weiter gemacht. Das was jetzt weg ist, also das was jetzt vorhin in der Aufnahme war, ist jetzt weg. Tut mir leid. Dann werde ich jetzt hier einfach ein Level jetzt noch so machen. Und ja. Wir werden jetzt einfach schnell weitermachen. So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zerquetscht werden. Uuuuhh, wie hier gerade. Quetsch. Watt, watt, das jetzt für eine tolle Aktion. Die blöden Würmer auch nicht dauernd werden hier dann. Uuuuh. So, und da haben wir wieder einen Jungen befreit. Steht mittlerweile 4 zu 2 für die Jungs. So. 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 Gary. Kommt, nächster geheimer Raum. Meine Kohle. Wir müssen hier hoch. Und nochmal hier hoch. Gut. Checkpoint gespeichert. Oh! Nächster Checkpoint. Beziehungsweise geheimer Raum. Ich bin hier hoch. Boah, Schleudersack! Ist noch weiter hoch. Stackel von oben. Das ist kein Geheimer Raum, sonst würde es da stehen. Das können wir jetzt sehen. Aha! Die müssen wir mitnehmen, sonst würden wir... ist nicht überleben. So und da ist jetzt wieder sowas. Dann müssen wir hier unten. Und dann wieder hier unten. Und nochmal hier unten. Und dann sind wir wieder in den Speicherplatz gelangen. Und dann sind wir wieder in den Speicherplatz gelangen. Ich habe die anderen Videos leider noch nicht hochgeladen. Jetzt würde ich das dann gleich mal schnell machen und dann wird der zweite Teil dieser Welt dann auch noch aufgenommen. Junge! Junge! Das, was ihr jetzt hier gesehen habt, ist jetzt leider so draufgekommen. Also das Level ist leider nicht vollständig. Das tut mir jetzt leid. Es ging aber nicht anders. Ich hatte keinen Speicherplatz mehr. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss. Machen wir den zweiten Teil später noch weiter, nachdem ich die ganzen Videos runtergeladen habe. Das Video wird... Die Videos werden getrennt hochgeladen und dann hören wir uns gleich nochmal.